Heute wird es nicht ganz so schlimm für die Schultern, aber es reicht dann, um die Woche schön gestalten zu können, als Lesewoche. Das heißt, versucht euch mal so als Gewichte möglichst große Bücher, möglichst schwere Bücher. Ich bitte nur so viel, dass ihr hier in der Form auch Safety halten könnt. Übernehmen keine Wehrleistung, also immer schön auf eurer Sicherheit achten. Dann haltet ihr hier so schön vor der Brust. Seht ihr so seitlich. Und dann machen wir Schwungdrücken. Das heißt, ihr geht kontrolliert runter in die Kniebeuge. Und wenn ihr nach oben kommt, dann drückt ihr die raus. Und dann macht ihr schön dynamisch. Immer ein runtergehen, schön mitnehmen und dann gleich dynamisch vor dem Rausdrücken. Dann macht ihr so 20 bis 30 in der Ordnung, die ihr mindestens schaffen solltet. Und wer mehr kann, der macht auch gerne mitnehmen. Und als Pause direkt drüber und Humpeln nahe. Ihr könnt aber auch Fluttergurt jetzt in dem Fall locker lassen. Er trennt dann schon nachher noch genug und immer von hier unten bis hier oben. Und das sind 30 bis 50 Stück. Dann beginnt ihr wieder den Schwungdrücken und macht insgesamt 5 Durchgänge, eventuell bis zu 10. Sportfreund, legt los. Merde etwas Goodes Benefits in der